Ich bin an der Tais oder Tisa eingeladen von Freunden, mit denen zu fischen. Es ist ein schöner Nachmittag und ich möchte eine Videoantwort machen. Es geht darum, unser Zeug zu benutzen. Jetzt machen wir einen Taischen Kaffee. Aufkochen. So, abkühlen lassen und dann gibt es ein richtig schönes Gebräuch. Das ist eine Videoantwort für Flo McClosen. Use your stuff. Und der Kato hat schon eine schöne Patina. Also auch, wenn es eines gut geht, nutzt. So, die sind abgewaschen. Denn das ist meine EDC-Tasse, die genau auf die Nalgene passt. Ich liebe das Teil. Das ist von Frank Buschweifel. Ein Geschenk. Hier kann man es noch ganz undeutlich vielleicht sehen. Aber das Teil ist klasse. Übrigens, das haben die Jungs heute gefangen. Schau, das ganze Netz voll. Ich glaube, die heißen Rotfedern. Dann verabschiede ich mich auch schon wieder. Und wünsche euch alles Gute. Tschüss.